Herzlich willkommen zum Tutorial Veranstaltungsanmeldung für Theater oder Orchester. Ihre Anmeldungen sind die Grundlage dafür, dass die GEMA Veranstaltungen lizenzieren und die Erträge gerecht an die Urheber weitergeben kann. Mit unserem erweiterten Service können Sie Ihre Veranstaltungen jetzt noch schneller und bequemer auf dem Gerät Ihrer Wahl einreichen. Melden Sie als Theater oder Orchester Ihre Aufführungen und Konzerte einfach online über unser Portal. Dies ist über das Dashboard möglich. Nach dem Login klicken Sie hierzu auf Kreisrechner und Anmeldung. Auf der Übersichtsseite können Sie die Art der Veranstaltung auswählen oder die Stichwortsuche nutzen. Um beispielsweise eine Theateraufführung anzumelden, klicken Sie einfach auf das entsprechende Feld. Unter Tarifinformation herunterladen wird Ihnen der gültige Tarif angezeigt. Bitte nutzen Sie eine der beiden Meldeoptionen Direkt melden oder Excel-Datei hochladen. Zuerst demonstrieren wir Ihnen die direkte Meldung. Wählen Sie zunächst zwischen Einzelne Veranstaltung anmelden oder Gleiche Veranstaltung für mehrere Tage anmelden. Nun können Sie die Parameter Ihrer Veranstaltung eingeben. Bei Fragen finden Sie weiterführende Informationen beim jeweiligen Infozeichen. Geben Sie im nächsten Schritt den Namen der Veranstaltung ein. Anschließend können Sie bekannte Nutzungsorte auswählen oder neue Orte suchen. Nach Eingabe des Ortes geben Sie bitte noch den Raum an. Sollte dieser noch nicht vorhanden sein, kann er über Weitere Räumlichkeit hinzufügen leicht ergänzt werden. Auf der folgenden Übersichtsseite können Sie Ihre Angaben noch einmal überprüfen, Ihre Anmeldung kopieren, löschen, bearbeiten sowie weitere Anmeldungen hinzufügen. Auf der Seite Kontaktdaten überprüfen lassen sich die Rechnungsadresse, die Form des Rechnungsversands und die Zahlungsmethode auswählen sowie Ihre Telefonnummer für Rückfragen hinterlegen. Die Anmeldung kann nun abgeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass Sie noch die Setlist, also eine Auflistung des gespielten Repertoires, einreichen müssen, bevor wir Ihnen die Rechnung zusenden können. Ihre angemeldeten Veranstaltungen können Sie im Menü unter Meine Veranstaltungen einsehen. Wie am Anfang dieses Tutorials erwähnt, können Sie Ihre Veranstaltungen auch per Excel-Datei melden. Klicken Sie dafür auf den Button Excel-Datei hochladen. Um Veranstaltungen per Excel-Upload anzumelden, verwenden Sie bitte unsere Vorlage. Hierzu klicken Sie auf Excel-Vorlage für den Tarif BM herunterladen. Diese Vorlage können Sie auch für zukünftige Anmeldungen direkt auf Ihrem Rechner speichern. Bitte verändern Sie das Format der Excel-Datei nicht, sodass unsere Systeme die Daten korrekt verarbeiten können. Nachdem Sie die Excel-Tabelle mit allen Daten ausgefüllt haben, speichern Sie diese auf Ihrem Rechner ab. Klicken Sie nun auf Datei auswählen und laden Sie diese anschließend hoch. Wenn die Excel-Datei vollständig ausgefüllt ist, erhalten Sie nach dem Upload eine Bestätigungsmeldung. Sollte das nicht der Fall sein, wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt. Falls noch Angaben fehlen, erhalten Sie einen Fehlerreport, dem Sie entnehmen können, welche Parameter noch benötigt oder korrigiert werden müssen. Bitte laden Sie anschließend die korrigierte Datei erneut hoch. Tritt immer noch ein Fehler auf, kann dieser in der folgenden Übersicht korrigiert werden. Bitte schließen Sie nun Ihre Meldung ab. Die dazu erforderlichen Schritte kennen Sie bereits aus dem vorderen Teil dieses Tutorials. Wir hoffen, Sie können mit unserem neuen Service Ihre Veranstaltungen schneller und effizienter anmelden. Teilen Sie uns bitte Ihre Meinung mit, sodass wir das Portal bestmöglich für Sie optimieren können. Weitere Services finden Sie auf unserer Website www.gema.de Die Frage von den